Vielen Dank, Herr Lachenkin, für die kompetente Analyse. Ich bin Jimmy Gerum von der Aktion Leuchtturm ARD. Und ich habe jetzt eine gute Nachricht für uns alle. Wir hätten nämlich eine Lösung. Wir wissen alle, die Wurzel des Problems ist die Desinformation. Das heißt, wenn wir es schaffen, die Leitmedien, die vierte Säule, zu ihrer Verantwortung zu bringen, dann haben wir einen großen Teil des Problems gelöst und wir haben eine Strategie entwickelt, wie diese in vier Monaten durchzuführen ist. Das heißt, das ist wirklich eine gute Idee. Und Sie, Herr Lachenkin, haben auch schon ein E-Mail von uns bekommen. Wir brauchen natürlich kompetente Figuren wie Sie. Wir haben es mit einem großen Machtapparat zu tun. ARD und ZDF sind definitiv einseitig unterwegs. Wir haben als Bürger ein Recht darauf. Und das Besondere ist, das ist ein Milliardenkonzern, der uns Bürgern gehört. Wir zahlen die Gewürgen. Und deshalb wäre es sehr spannend, wenn wir eine Zusammenarbeit finden. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.